Ah ja, die Drachen, genau! Ach ja, richtig! Oh, das muss nach da oben! Oh, das muss nachdenken! Oh, das muss nachdenken! Oh, das muss nachdenken! Ah, jetzt muss ich hier einmal rum! Oh, das muss nachdenken! 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 Oops! So, hey Hagrid! Oh! Oh mit Wesen ist auch Drachenmütter haben mein Herz! Oh, ich hab's geschafft! Ich bin durch. Na, was haben wir hier? Cool, eine Kiste. Oh, die ich nicht öffnen kann. Ich bin weg. Boing. Ei, ei, ei. Ich habe eine Möglichkeit, die bekommt mich da. Okay. Ich wollte schon immer mal mit einem Drachen Musik machen. Komm schon. Ich hätte es so oder so falsch gehabt. Ups. Nein. Komm schon. Gute Nacht. Da hinten ist was Lila an ist. Ich möchte die lila eine Münze haben. Die hier drunter ist. Da ist sie. Was ist da? Oh. Schlaf gut. Okay. Nein. Geschafft. ich kann mich auch nicht bewegen so was ist jetzt schafft ihr es nicht oder was der hegel ist drüben und harry ist auch nur ein bisschen ach er hat es geschafft hi harry hat es geschafft in 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 Komm schon. Dieses Wasser ist so ätzend. Da sind die Fische drin gestorben und der letzte, die beiden letzten, die versucht haben, da drin ein bisschen Skinny-Tipping zu machen oder sowas. Da sind auch beide abgekratzt. Alle beide. Untertitelung im Auftrag des ZDF. ich habe es verstanden glaube ich ja ich habe es verstanden so wunderbar ah da hängt jemand Tja... Wir suchen uns eine Brücke zu bauen, ha? Nein, nicht so! Für uns war letztes Wochenende in der Burg ein Harry Potter Event, sogar mit ein paar Originaldarstellern, keine Ahnung welche... Boah, das ist cool! Das hört sich genial an! Das hört sich echt cool an! Oh... Ups! Ich möchte die Brücke aber trotzdem fertig fahren. Oh... Okay... ... 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 Geht up, Hagrid, you kid. Geht up, Hagrid. Hast du den Hund mitgenommen? Ja. Sehr gut. Da. Ah, come to town. Yay! We are. Come shun. Oh, come on. Was ist das? Oh! Oh nein! Da hat die Blume... Äh... Dings, ne? Abgefackelt! Da hat die Blume abgefackelt, die arme Blume. Da hat die Blume abgefackelt. Detlef in die Blume abgefackelt. Da ist nicht so schlimm. Aber die Blume so weit weggekommen. Da ist alles scheinbar.